Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Die Hauptzutaten der Moon Milk sind Milch oder pflanzliche Milchalternativen und verschiedene beruhigende Gewürze wie Zimt, Ashwagandha, Kardamom, Ingwer und Kurkuma. Moon Milk ist ein traditionelles Heilgetränk, das seinen Ursprung in der ayurvedischen Medizin hat und seit Jahrhunderten zur Förderung von Entspannung und Wohlbefinden eingesetzt wird. Diese Kombination aus Zutaten verleiht der Mondmilch ihre beruhigende Wirkung und macht sie zu einem beliebten Getränk zur Förderung eines erholsamen Schlafs. So enthält Mondmilch zum Beispiel Witanolide. Diese natürlichen Verbindungen des Ashwagandha haben antioxidative Eigenschaften und wirken entzündungshemmend. Sie können dazu beitragen, Stress abzubauen und das Nervensystem zu beruhigen. Auch Alkaloide sind enthalten. Diese Wirkstoffe können für die beruhigende Wirkung verantwortlich sein und dabei helfen, Angst und Schlaflosigkeit zu reduzieren. Zudem enthält Mondmilch wertvolle Aminosäuren wie Tryptophan, die beim Körper die Produktion von Serotonin fördern können. Serotonin ist ein Neurotransmitter, der für Stimmung, Schlaf und Wohlbefinden eine wichtige Rolle spielt. Die Mondmilch kann bei einer Vielzahl von Beschwerden und Gesundheitsproblemen helfen. Hier sind einige der häufigsten Anwendungen. Schlaflosigkeit Die beruhigenden Eigenschaften der Mondmilch können dazu beitragen, den Geist zu beruhigen und eine tiefe Entspannung zu fördern, was wiederum zu einem besseren Schlaf führen kann. Die Moonmilk wird oft als natürliche Alternative zur Unterstützung eines gesunden Schlafes eingesetzt. Stress- und Angstzustände Die beruhigenden Gewürze in der Mondmilch können dabei helfen, Stress abzubauen und Angstzustände zu reduzieren. Ein warmes Glas Moonmilk am Abend kann eine wohltuende Wirkung auf den Geist haben und dabei helfen, zur Ruhe zu kommen. Verdauungsprobleme Die entzündungshemmenden Eigenschaften der Mondmilch können die Verdauung anregen und bei Magenbeschwerden helfen. Dies macht die Mondmilch auch zu einem beliebten Getränk nach einem reichhaltigen Abendessen. Entzündungshemmend Die entzündungshemmenden Eigenschaften der Moonmilk können dazu beitragen, Entzündungen im Körper zu reduzieren und somit bei entzündlichen Erkrankungen wie Arthritis oder Muskelschmerzen helfen. Die Zubereitung der Mondmilch ist einfach und kann je nach persönlichem Geschmack variiert werden. Für die Zubereitung benötigen Sie Eine Tasse Milch, wir empfehlen eine pflanzliche Milchalternative Ihrer Wahl Einen Teelöffel Ashwagandha-Pulver Eine Prise Zimt Eine Prise Kardamom Und optional einen Teelöffel Honig Die Zubereitung ist einfach. Erwärmen Sie die Milch in einem kleinen Topf, bis sie leicht köchelt. Fügen Sie das Ashwagandha-Pulver hinzu und rühre es gut um, bis es sich vollständig in der Milch auflöst. Optional können Sie Honig, Yakon-Sirup oder Stevia-Blätter hinzufügen, um eine leicht süße Note zu erhalten, und eine Prise Zimt, um es abzurunden. Gießen Sie die Mondmilch in eine Tasse und genießen Sie sie etwa 30 Minuten vor dem Schlafengehen. Neben den traditionellen Gewürzen können nach Belieben auch andere Zutaten wie Vanille oder Sternanis hinzugefügt werden. Insgesamt ist die Mondmilch ein vielseitiges und wirkungsvolles Getränk, das eine Fülle von gesundheitlichen Vorteilen bietet. Hinweis Einige Menschen können empfindlich auf Ashwagandha reagieren, insbesondere wenn sie bereits Medikamente einnehmen oder gesundheitliche Probleme haben. Auch schwangere oder stillende Frauen sollten Sie vorab einen fachkundigen Arzt oder Naturheilpraktiker konsultieren. Mondmilch ist ein wohltuendes Getränk, das Ihnen dabei helfen kann, zur Ruhe zu kommen und den Geist zu entspannen. Die natürlichen Wirkstoffe in Ashwagandha können Stress reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden fördern. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund!